Aber erst immer Surfer oder Segler, kann der andere? Ja, hier, so ist das. Wir haben insgesamt um 20 Katamaran. Wir haben wirklich viele, viele Stammgastsegler hier. Fast 60, 70 Prozent kommt nur für Wassersportler. So ist es wahrscheinlich, oder? Das ist echt so. Und über 50 Surfmaterial hier. Wir haben zwei verschiedene Katamaran, 15 und 18. Alle Hobbykits, 15 ist ein bisschen kleinere Katamaran, 18 ist ein bisschen größere Katamaran.